WM in Gefahr Geht jetzt alles ganz schnell? Trapp sitzt beim Star-Ensemble von PSG nur auf der Bank, jetzt spricht sein Berater Klartext. Der deutsche National-Tour-Hüter Kevin Trapp vom französischen Tabellenführer Paris Saint-Germain drängt offenbar auf einen Wechsel in der Winterpause. Wenn sich im Winter eine Chance ergibt, will Kevin Paris verlassen, sagte Trapps Berater Jörg Neubauer dem Internetportal Sport1. Der frühere Frankfurter Bundesliga-Keeper hat bei PSG in seiner dritten Saison den Stammplatz an Alfonso Areola verloren. In dieser Saison kam Trapp in der Liga nur zu zwei Einsätzen, spielte dazu einmal im Pokal. Mit Blick auf eine mögliche WM-Teilnahme erhofft sich der 27-Jährige bei einem anderen Klub mehr Spielpraxis. Zuletzt war über einen Wechsel Trapps zum FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp spekuliert worden. Quellen und weiterführende Informationen Doppelpunktbericht bei Sport1, Deutsche Presse Agentur Spieler Profi Trapp bei Transfermarkt.de